. 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 Schucki hier. Grüß dich, Hans-Wurst. Feuillig bin ich fertig. In 10 Minuten am Golfplatz, alles klar. Mein herrliches Wetter. Du, da fahr ich mit dem Cabrio. Dann haben wir uns einen Powerball Plus ins Gesicht mit doppelt Wodka. Und danach machen die Blatt. Ja, genau. Wenn ich mit dir fertig bin, verkaufst du deine Golfhausrüstung. Was? Ja, das kannst du voll vergessen. Also, 10 Minuten, wenn sie willst. Servus. Grüß Gott, Herr Schuckenberger. Ihre Post. Ah, danke. Danke, danke. Jetzt hab ich leider kein Kleingeld da. Na ja, die werden halt ein Groß. Das hätte doch nicht sein müssen. Das muss nicht sein, aber das kann sein. Danke. Servus. Servus. Rentebescheid. Ab diesem Monat erhalten Sie Ihre Regel Altersrente. Wir sind ja bei der Brot von Gäste. Wir sind ja bei der Brot von Gäste. Nein, ja. Das muss ich mich heute umziehen. Ja, ja, ja. Ja, Servus, du Hans Wurst, da ist der Schuggenberger. Nein, ich komm jetzt nicht zum Golf spielen. Ja, warum nicht, warum nicht, weil mir alles weh tut, ich muss zum Doktor, dann muss ich noch eine Kaffeefahrt machen, weil ich brauch ein Heizdecken, an meinem rheumatischen brauch ich ein Heizdecken, das hab ich jetzt fast vergessen, ich kann sowieso nichts mehr merken. Ja, Apropos, wer sind denn sie überhaupt? Ja, ist ja Wurst. Man, ich lege mich nur ein bissel hier, ich schreibe mich nur ein bissel hier. Ich lege mich nur ein bissel hier, ich schreibe mich nur ein bissel hier. Vielen Dank.